Du bist noch voll am Anfang? Oder schon zu mittendrin? Egal, wo du stehst im Leben. Du hast gleiche Chancen für alle. Hast du einen Sinn für die Gemeinschaft? Okay. Also, Studienstadt. Hier und jetzt. Für dich, dich und dich und über 800 Mitstudierende. Gemeinsam werden wir dein Netzwerk für das Leben. Auf dich wartet Neues, Du Vertrautes und Söttiges. Und das sowieso. Und dazu viele neue Themen. Selbstbestimmung, Partizipation, Diversität, Beratungskompetenz, heterogene Lebensformen, Ressourcenarbeit, soziale Innovation, Kommunikation, Sozialraum, soziale Nachhaltigkeit. Ist dir das gerade ein bisschen zu trocken? Aber geil. Hier studieren bedeutet toll, sich ein bisschen treiben oder mal gegen Strom schwimmen, durch Bern cruisen, sich einsetzen für etwas, was zählt. Die Freundschaften pflegen, vielseitig interessiert sie. So mal an zu schädieren. Und dann halt wieder einhängen. Du lernst für das Leben, für eine soziale Zukunft, wo du lernst zuhören, selber probieren, debattieren, interpretieren, zwischendurch die Zunge kühlen, ihre virtuelle Realität trainieren und in der weiten Welt Erfahrungen sammeln, um dann schon bald das Diplom zu feiern. Deine Zukunft könnte in der Jugendarbeit sein, auf dem Sozialdienst oder auch in einem ganz anderen Feld. Wir haben es rausgeputzt für dich. Wir, dass sie ziemlich viele dozierende, Mitarbeitende und Praxisstellen. Er ist bereit, sie auch. Okay, er immer noch nicht, sie aber ganz sicher. Und sie sowieso. Damit du gut anfangen kannst. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Willkommen an BFH. Willkommen im Studium vor sozialer Arbeit.